Er ist die Attraktion an der Benediktenwand. Doch es steht nicht gut um ihn. Seine Partnerwahl ist begrenzt. Die rund 100 Tiere stammen von nur 6 Gründertieren. Dringend müssen Blut und Gene durchmischt werden. Hilfe kommt jetzt aus der Schweiz. Genauer gesagt aus dem Kanton Wallis. 8 Tiere eines Wildfangs sollen die Zukunft sichern. Auf diesen Moment haben die Jäger der Region schon lang hingearbeitet. Sie haben Spenden gesammelt, Genehmigungen eingeholt. Denn Jagen ist mehr als Schießen, sagen sie. Im Bayerischen Jagdgesetz heißt das Jagen nicht nur das Nachstellen der Tiere, sondern auch die Hege. Das ist ein typischer Hegeansatz. Wir sorgen dafür, dass der Steinbock in seinem Habitat noch ein bisschen besser leben kann. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass wir die Hege ernst nehmen und diese Verpflichtung, die auch im Jagdgesetz drin ist, hier ganz besonders zeigen. Für die Schweizer Tiere ist es ein Sprung in die neue Heimat. Und sie bringen Hoffnung, dass sich der Inzuchtgrad in der Population an der Benediktenwand wieder normalisiert. Keine andere Steinwildpopulation ist mehr bedroht, weil sie so klein und isoliert ist. Also die Gefahren bei so einem hohen Inzuchtgrad ist einfach, dass die Tiere anfälliger auf Krankheiten sind, die Sterblichkeit der Jungen höher ist, die Fruchtbarkeitsrate geringer ist. Also eigentlich bei allen Arten, wo man bisher nachgeschaut hat, hat es bei diesen Inzuchtgrad Fitness-Einbußen. Vor wenigen Stunden waren die Tiere noch am Weißhorn und Mischabel in der Schweiz. Biologen der Uni Zürich und Wildhüter haben sie eingefangen, untersucht, gechippt und in den Isarwinkel transportiert. Die Eidgenossen sind stolz, dass sie den Bayern helfen können. Ja, es ist sicher ein gutes Gefühl. Ich finde es auch wichtig, dass man in den alten Ländern sich gegenseitig aushilft, weil die Steinböcke oder Steinwild hat eine ziemlich sehr enge Genetik und wo es Probleme gibt und wo man helfen kann, ist das sicher eine sinnvolle Sache. Und wir haben ja eigentlich auch gute Bestände. Und das ist eigentlich kein Problem, es macht schon Sinn. Die letzte Auswilderung von Steinwild in Bayern ist schon 50 Jahre her. Ob es klappt, wird schon mit Spannung erwartet. Es wird ein Monitoring natürlich geben und es gibt auch genauso die Zählungen. Man muss aber auch wissen, das ist ein lang angelegtes Projekt. Wir werden vermutlich erst in zehn Jahren wissen, wie diese Genauferfrischung dann tatsächlich gewirkt hat. Und jetzt hoffen wir mal alle das Beste, dass hier wirklich eine Blutaufrischung passiert und wir in der Benediktenwand einen gesunden Steinbockbestand auch für die Zukunft Bayerns sicherstellen können. Für Einbauern, Jäger und Förster ist heute aber schon ein guter Tag zum Feiern. Das war eine ganz super Sache. Die Tiere sind raus, sie haben es gesehen, sind diese Verhältnisse gewöhnt und ich freue mich einfach, dass das heute so stattgefunden hat. Das war super. Auch das Wetter war super, auf jeden Fall für der Steinwild. Das hat kein Problem mit Schnee und Kälte und die Tiere bleiben erstmal ungestört und können in aller Ruhe ihre neue Heimat erkunden.